Herzlich Willkommen zurück zu Life is Strange. Ich bin Samka, wie ganz natürlich in meiner Wendlichkeit. So, wir sind auf der Suche nach einer Autobatterie. Ist halt die Frage, liegen Autobatterien einfach so rum oder muss ich zu bestimmten Autos hingehen? Ich denke, ich war ziemlich schockiert, Rachel, letzte Nacht. Es ist unglaublich, dass jemand, den ich gerade kennengelernt hätte, mich so schrecklich gemacht hätte. Aber ich finde, der steunigste Mal war die ganze Hintergrundstory so von wie Chloe so geworden ist, wie sie geworden ist. Warum zum Teufel hängt da sowas? Max und ich gingen da immer als Kinder da. Ich glaube, es hat geblieben, aber wer weiß. Die ist auch hinüber. Ich habe die Kamera vergessen. Wow. Shitty Ride, Dread Dealer. Ich habe wirklich gedacht, Crime paid better. War nun dieses Vehikel. Alter. Und im Rahmen eines Softbefehls einer verfügbaren Konsequenzen beschlagnahmen. Dieses Vehikel wird gemäß der Befugnis unter Regel 32 des Amtsgerichts von Oregon in Anwendung von Sektion. Sektion 2 in Klammern 1 des Rauschgiftschadengesetzes von... Oh, so ein Ding ist das also alles klar. Was versuchen Sie zu schützen, unter der Hülle? Anscheinend kriegt die Nerven und muss dafür jetzt was suchen. Oder so. Oh, die sieht noch relativ neu aus. Ja, ohne Batterie geht leider gar nichts. Ich habe immer noch auf den Diner mit der Mutter vor der Schule. Ich glaube, diese Tage sind jetzt jetzt offensichtlich vorbei. Ja, ja, ja. Ja, rostige Felge. Okay, okay. Wahrscheinlich ist ja gar nichts mehr zum... Ach so, ja. Aber dass ich unbedingt das Auto ausgesucht habe zum Reparieren quasi... Ich war auch relativ erstaunt, dass die... Ich war auch relativ erstaunt, dass die... Ich war auch relativ erstaunt, dass die... Ich war relativ erstaunt. Ich war relativ erstaunt. Ach, Mann ey. Das bist du dran. Ich muss... Was ist das? Radio? So fucking random Hey, 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 hey These magazines are so gross Who would look at this? Okay, I'm still looking, but It's only because I'm so fixated By how weird it is Spaß mit Sandy It's all fun and games Till this guy Enslaves everyone What is that? A little robot No, hello All right Okay, we're going to Now we're going to Let's go 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 Oben in der Blende Der Schraubenschlüssel Damn This thing means more love than I can give right now In the meantime Maybe I can spruce it up a bit Rage Rage Okay, okay, okay Chlor price Ich bin nicht scheiße Bist du absolut nicht, laut meiner Mutter schon Weiß nicht, ob ich ertrage heute nach Hause zu gehen Noch da Ich würde was von zu Hause und sehens, sehe dich am Schrottplatz, sehe dich, sehe dich sehr bald Wenig Wenig Vielleicht ist es noch eine Leider Ich könnte hier Ich würde mich an Schreiber Es ist ja komplett weird, wir sind ja quasi in der Ecke so drin Das ist richtig merkwürdig. Wie ist die denn vorher da durchgekommen? Ach du heilige Scheiße. Du brennst ja immer noch. Ach so, ich habe es gesagt, die meintest du so eine Art Friedhof dorthin, alles klar. Ach so, ich werde das tun. Okay. I can't believe Rachel set that fire. I don't think she meant to, but I also don't think she didn't mean to. Crazy that something so destructive can also be so beautiful. Or a fire that began in a trash can could grow the light of the entire sky. In conclusion, fire, pretty sweet. Heilige Scheiße. He's there. He's there. He's there. He's there. He's there. Okay. Ich brauche irgendwas zum abdecken, also. Ich glaube, es ist noch nicht da, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Dallog. Oh Mann ey. Was der jetzt für eine Scheiße rumliegt, das ist der Wahnsinn. So, da ist noch was für den Boden. Hab ich da nicht irgendwas gesehen schon? Hier ist die Seite von Arcadia Bay. Ich wusste nicht, dass die Diner mit Mom in der Schule war. So, da haben wir doch alle Komponenten. Entschuldigung, Max, ich denke, ich bin mehr stolz von dir als alles. Flashe? Oder Flashe? Wow. Und die liegt da einfach nur irgendwas drauf, dass das Loch verdeckt ist. Also reparieren ist schon... Ach, die kaputte Glühwahrne brauch ich ja noch. Jetzt muss ich auch noch reparieren, halt. Das ist aber ein großes Handtuch. Du kannst hier hängen, aber ich bekomme die Töne. Okay? Okay. Good talk. Keine Brülle Glühwahrne muss ich noch finden. Eine Glühwahrne. Sonst, der Wackelmann ist entscheidend beeindruckend. Oh, Kiki Stieg. Cool, die Zukunft hat teilweise funktioniert. Das reiht jetzt aus. Wahrscheinlich ist die Patrie leer. Aber schon krass, dass so eine Glühwahrne dort reinpassen soll. Das Ding sieht aus wie eine Rusted-Out-Shopping-Cart. Wahrscheinlich drive wie eine, auch. Das ist so, wenn es immer drückt ist, das scheint zu schreien. Aber noch, wie schön wäre das. Ja? Frank, Frank. Oh. Hey, Frank. What ist das? Ja, ich bin zu sehen, wie ihr seid. Really? Nein. Wir haben ein Business zu diskutieren. Wo können wir uns meet? Oh, wie... Drugs? Christ. Ich bin in der Junkyard, in der Stadt. Der Junkyard? Das ist großartig. Ich bin da da, und ich sehen Sie. Okay. Und Frank? Wegwerfhandy? Ist ja das cool. Ich weiß ja, dass man, wenn man Drogenverkäufe und so etwas abwickelt, halt mit Wegwerfhandys macht. Ich habe nichts zu tun. Ich habe nichts zu tun. Ich werde es sehen. Christos Handy. Zeit für einen schwerer Schmerzverkäufe. Du bekommst nur eine Chance, die erste Ausstellung zu machen. Mystisch. Der Mystisch kann auch beängstigend sein. Je nachdem, was das Motiv ist. Je nachdem, was das Motiv ist. Klar, Illuminati. Ach, du weile Gescheiße. Der Präsident Wels hat Pizza mit einem Fork im Knife. Wir wussten, dass wir etwas anderes tun haben. Das ist etwas. Was do we have here? Ja, they'll do. Da wird ich die Handschuhfach nicht zumachen. Ganz komisch. Ganz, ganz, ganz komisch. Ganz, ganz, ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Ist sie jetzt ernsthaft im Auto eingeschlafen, im Sitzen? Die ist ja wieder unterwegs. Das ist wieder so eine Traumsequenz. Oh, eine Rache. Das ist nie ein gutes Zeichen. Der hat... Der brät sich Marshmallows. Du bist noch auf dem Stock. Genau, Marshmallows. Das ist großartig. Ist das nicht? Ich kann nicht nachdenken. Klar. Nehm dich nicht, dass du auch nicht mesmerisiert bist. Man ist das so weird. Siehst du? Du bist so nah dran, dass du gar nicht das Gefahr hast. Gefahr? Feuer blinds uns. Just like darkness. But darkness blinds with absence. With loss. What does fire blind with? Beauty. This. But sometimes there is a greater beauty yet to come. Incredible. Fire is jealous Chloe. It wants all the beauty for itself. That's why you need to be careful. Careful of what? Okay. 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 Jetzt habe ich alles gesehen. Definitiv. Das war weird. Has anyone ever told you not to fall asleep with a lit cigarette? You could start fire. Das ist auch die richtige. So. Are you gonna invite me in? Or what? I love giving rides to strange drifters. Hop in. Thanks. What's the hell? Hat hier so eine Reisertage mit? Damn. You've been busy. It's nothing. Just some junk I found lying around. A rainbow towel? A cool blue light? Holy shit. The all-seeing eye. Figured it can't hurt to have the Illuminati on our side for whenever shit goes down. Always thinking ahead. Chloe. This is incredible. I can't believe you found us an escape vehicle already. Like, for us to run away? Oh. I guess I wasn't thinking about it that way. Are you getting cold feet? I thought you were all bye-bye Arcadia Bay last night. I still am. I guess. You guess? It's not so easy. This truck doesn't even start and we don't have any money. We can figure all of that out. I have no doubt. Besides, there's no rush. True. And no Blackwell. Holy shit. That well's meeting. I'm so sorry. I can't believe he actually suspended you. Really? I'd say it's like the most believable thing that's ever happened to anyone in the history of forever. I'm just so pissed about the play. How could they let Victoria Chase drag your role? Because life is a tale told by an idiot. Full of sound and fury. Signifying nothing. Yeah. Totally. At least Wells has no idea what really went down with us last night. Shit got pretty wild. Last I checked, you're the one who went all puffed the manic dragon on that tree last night. What were you thinking? I was angry. I didn't expect the whole stupid park to go whoosh. But come on, doesn't accomplice sound way cooler than accessory after the fact? Is that the official Arcadia Bay VA's opinion? Accomplice it is. I'd be way happier going to jail than having to live at home with Dictator David. He announced his plans to move in this morning. Oh, Chloe, that's awful. I'm so sorry. You know what we both could use? Therapy. Therapy. You start. Kick back and tell me what's bothering you. Well, Doc. I've been booted from school and I'm not entirely sure what to do about it. You mean how to cope with your feelings of anger and disappointment? No. I mean how to express my feelings of intense joy. Uh-huh. Do you think you might be taking this a little too well? You tell me. I'd say I'm exceptionally well-adjusted. I'd bet my therapist's license that no one's ever called you that before. Touché, Doc. So, my new friend, who everyone thinks is perfect, did something that shit fucking nutso last night. What do I do? This perfect friend of yours, who I'm assuming is also an exceptional beauty, sounds like she may have been inspired by someone new in her life. Someone who is also, may I add, a knockout in the looks department. Perhaps this friend of yours, who, I reiterate, must be just stunning, needed someone in her life to teach her. How to break into a viewfinder. How not to give a fuck? Because she was tired of having to give so many fucks all the time. That... That... Makes sense. There's this dildo with a mustache who's been dating my mom and now he thinks... He's moving in with us. How do I stop him? Hmm... That's a hard one. I'm not sure there's really anything you can do. Then what the hell am I talking to you for? Just because you can't stop him doesn't mean you don't fight back. The resistance begins now. Alright. You're going to need a new nickname to mark your enemy. What have you got? Hmm... Stief wichser, stief dödel, stief dummkopf. Hmm... Aber ich habe eine Beschreibung mit dildo und Schnurrbart. Die finde ich sehr... Sehr nett. Ich mag dödel. Ein Steppdick! Weil er überraschend sensitiv und er denkt, dass er viel wichtiger ist als er ist. Also, er ist ein Stepp. Poetisch. Kann ich auch sagen, Steppladder? Warum Steppladder? Weil er auf deine Mutter lebt. Eww! Und bald werden sie steppern über die Aisle. Welches Kind der Therapist sind Sie? Entschuldigung. Es heißt Schock Therapy. Highly Controversial. Das war eigentlich etwas Therapeutisch. Danke. Es ist immer ein Pfeil, in der Meinung von Chloe Price. Und jetzt ist es deine Aufgabe. Tell mich alles über was es ist, wie es sich die Daughter von Arcadia Bay's most famous scumbag ist. Es tut. Es tut sich stark. Es tut sich schrecklich. Es tut mir leid. Ich mache das manchmal. Nein, ich bin einfach... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was meint ihr mit Stück? Achso, wahrscheinlich das Theaterstück. Do you think there's a point when you've been acting so much that you don't even have your own personality anymore? You're just whatever you think other people want you to be. I think you have a personality. I wasn't talking about me. My dad doesn't really exist. You saw him in Wells' office. The whole thing is a performance. And now I'm starting to feel like everything in my life is bullshit. But he's still my dad. How can I make sure I don't end up like him? I won't let you. You don't know who he is. The fact that you believe that makes me feel better. Shit. It's playtime. Gotta go clean out my dressing room for Victoria. You're not exactly the role I thought I'd be playing tonight. Oh well. Hey. I was thinking that after the show, maybe we could go do something. Just you and me. Something criminal. Criminally fun. I'm in. Wait. You forgot your bag. It's for you. Just a little survival kit for your new life on the lam. Drive safe, Chloe. Oh. Hello, junk track. I ain't nothing you want. I ain't nothing you want. I ain't nothing you want. She looks so pretty. I got a gun. So let dress. Oh my God. Amen. Time to check out Rachel Ambers in the straight bags. Hmm. Komischerweise, dass... Komischerweise, dass... Das Rad jetzt... Jetzt wieder... Äh... Musik abspielt. So, jetzt lesen wir noch die Nachricht. Mickey. Hier. Uff. Ich hab ja gehört, du wurdest suspendiert. Tut mir leid. Äh, ich hab ja nur eins gegen Waze, äh, gewürfelt. Verstehst du? Stepp sagt, du bist ein Nerd. Das ist jetzt gar nicht mehr so schlecht finde. Aber naja, was jetzt? Ja, das Dach muss bloß noch mit der Reperrande, ne? Gut. An der Stelle wird schon versorgen. Guck mal dann einfach im nächsten Port, was alles so ansteht. Und in dem Sinne, haut rein, macht irgendein Sinnvolles. Und bis zur nächsten Episode mit. Life is strange before the storm. Mit seinem kleinen Katze. Ist natürlich meine Wenigkeit. Ihr kleinen, dreckigen Racker.